Will Murray? Sie haben Capote nie gelesen. Richard Pryor ist sowas wie der ehrlichste Mensch der Welt. Selbst Jesus hat seinen Jüngern nicht immer alles erzählt. So wie Rich. Eddie Murphy. Ich hab mal Murphy und Michael Jackson innerhalb von zwei Monaten getroffen und Eddie war besser. Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Ja, ja. Er sagt, zu viel Liebe ist genauso schlecht wie gar keine Liebe. Das hat mir fast das Herz gebrochen. Es ist schwammend, jemand Sex zu haben, der auf dem Podest steht.